hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge xxl farm mit dem tiger farm auf der march feld der land karte das hört sich komisch an was der march feld der land karte ja so richtig ja das hört sich trotzdem komisch an ich muss mir da irgendwas an ja es ist aber richtig ausgesprochen anscheinend weil ich ja zu inkompetent bin und das anscheinend falsch ausspreche du bist inkompetent wer sagt denn sowas ich sag das manchmal wenn ich in rage bin was wollte ich sagen ich muss mir da was anderes überlegen im mars feld der land auf dem mars feld der land im mars feld der land im mars feld der land willkommen im mars feld der land feld so ich bin fertig wie weit bist du ich hab geschweige ich sammeln ich sammeln noch ein immer noch ja ich ja ich hab zwischen euch noch Sachen gegoogelt gut dann ähm ja es hat komplett gemacht ähm dann würde ich sagen also warte mal was gemein wir sollen die wiese als feld anlegen ja sorry leck doch man das ist aber bei der karte wirklich extrem ja du bist fast fertig oder ich könnte schon das vorgewendet fahren ja mach doch ja ja aber dann würde ich sagen soll man trotzdem flug kaufen oder gar nicht also ich nehm den lemken und dann fahr ich damit vorgewende und du nimmst dann den quadrag und fährst du nicht so große oder ja weil für 2 von wie viel ps hast du 517 weiß sogar auswendig der große flug auf 550 weiß nicht ob das der fans schafft und den a sal fortflug den benutze ich einfach gar nicht mehr wir einfach angst habe dass der wiederum backt ja weil er auch scheiße ist so schau es aus wortwörtlich übrigens solche worte darf man gar nicht mehr sagen dafür kannst du ja durch solche worte können ausdrücke und blablabla können videos gesperrt werden habe ich nichts gehört gegen kraft ausdrücken und so aha das aber noch viel liegen lassen hier mal einfach unter kühlen ja ich muss jetzt mal hier alles einstellen ja ne warte die drehen Ich glaube, ich habe es gerade noch so geschafft. Na gut, 10% sind noch übrig. Warte kurz. Ja, bleib stehen. Tumpe Nägel gemacht. Ähm, warte, das muss ich drüben, Z, glaube ich. Hast du schon? Was habe ich? Ja, dass das Feld macht. Ja, jetzt. Oh, leck, man, tisch. Ich hätte mir das vielleicht nicht jetzt downloaden sollen. Aber machst du denn das auch? Ja, äh, eigene Schlauheit und so. Ah, ja, kennt man, ja. Junge, das. Okay, machst du dann das andere Gras drüben auch gleich oder kommst du eher, naja, Flug hat eigentlich ein bisschen Zeit. Oh, es hat so untergeladen. Oh. Und das öffnet es gerade. Toll. Sehr praktisch. Keine Ahnung, warum. Das. Kann man eigentlich, ah ja, der große Serm-Maschine haben wir ja. Leute, das ist irgendwas anderes. Oh, das sieht geil aus. Virus-Kapper. Ja, aber das ist nicht Windows Movie Maker. Nee, das gucken wir nachher mal kurz. Das ist irgendwas anderes, aber es sieht gut aus. Das ist schon mal die Hauptsache. Ähm. Gut. Dann fahre ich mal hier in Vorgewende und dann... Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Das wird halt eine ganze Weile dauern, bis wir hier fertig gepflügt haben. Ja. Ich denke, für das Vorgewende ist der Lemken-Pflug genau richtig. Den kannst du dann wenigstens noch gut manövrieren. Den nehmen können? Mhm. Soll ich den auch nehmen, oder was? Nee, du nimmst den größten. Ja. Und Quattrack. Ja, wir können ja dann nachher wechseln. Ja. Ich fahre vielleicht zwei Vorgewende. Du holst ja jetzt erst mal das Gras, oder? Von einem anderen Feld. Äh. Ah, vergessen. Egal. Das mach ich dann später noch. Weiß, der Quattrack kann einfach mal die Schräge da anpflanzen. Ja, der kann ziemlich viel. Gut aussehen, aber nicht. Können auch überlegen, ob wir hier erstmal dann was Richtiges anpflanzen. Das könnten wir auch machen. Das mal, weil ein bisschen, äh, Gras haben wir. Den Flug mieten? Ja. Äh, Brügel. Ja, weil ich gekauft hab. Doch. Was los? Junge muss, muss los. Ne. Wie ging das? Junge, komm wieder. Komm bald wieder. Junge, komm bald wieder. So. Äh, ich seh dich schon angebraust kommen, da hinten. Mit 40. Mit 40. Mit 40. Mit 40 kmh. Äh, guck halt, dass du irgendwo mittendrin anfängst. Nicht, dass du jetzt da hinten schon den Weg kaputt machst. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt nicht so, äh, blöd. Weil ich ja erfahren hab, dass Kraftausdrücke verboten sind. Willst du mit dem Lemken-Flug hier rumfahren? Äh, Zeit. Wie schnell fährt deiner? Dein Flug? Äh, 12. 12. Du kannst ja mitschwingen noch weiter. Ja, ja, klar, logisch. Juhu, nicht alleine arbeiten. Nee, du wirst. Bist ja ewig beschäftigt hier. Ja, noch mehr als mit dem Gras machen. Ja. Du wirst zwar nicht so viel, aber zumindest etwas. Weil du hast halt, glaube ich, noch nicht so kleine Arbeitsplätze. Ja, 4,50 Meter hab ich. Ich hab, äh, keine Ahnung, Höhe 15? 10 Meter. 10 Meter. Äh, oder so. Dann, äh, nein, nicht das 2-fache, aber das 2,5-fache. Ja, da ist schon deutlich mehr. Hast du hoffentlich auch breit gemacht. Breit? Breit. Ja, nein, hä? Kann man den nicht verbreiten? Nein. Ich hab ja früher immer mit dem Lenkenpflug gearbeitet, ohne den breit zu machen, weißt? Ja. Ohne den aufzufächern, nicht der... Ach so, ja. Bis ich dann irgendwann das mal aus Zufall, glaube ich... Oder hat es einer im Stream gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Durch Zufall kam ich drauf. Dass man den noch verstellen kann. Was ich cool finde ich auf der Karte, dass hier Multiple Charon Angels erbaut sind. Oder Angels. Was heißt das? Das, was du auf, auf dem Boden siehst. Und das normalerweise, äh, also die Spuren vom Flug und die Textur, das so, äh, ab einem gewissen Grad anders aussieht, also in einem anderen Winkel ist. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, normal hast du nur, glaube ich, 90 Grad Winkel. Ne, 45, glaube ich. 45. Ja. Und hier ist nochmal eine Stufe dazwischen. Ne, hier hast du... Sieht so aus hier wie 5 oder so. Ne, ist so viel. Wie meinst du 5? 5 Stufen. 5 Grad. Ne. Zwischen den Stufen. Ach so, doch, ja, doch. Wenn ich hier jetzt die Ecke fahre. Ja. An den Eckern, äh, an den Eckern, genau. Sieht das besonders cool aus, weil es halt genau, wo der Flug lang fährt, es ist halt viel realistischer. Anstatt dieser 45 Grad Winkel. Ja. Da gebe ich ihnen richtig recht. Das ist schön. Da gebe ich ihnen nicht nur recht, sondern richtig recht. Richtig recht. Ist Olli eigentlich hier auf den Discos? Ich glaube nicht, oder? Ne, nicht, dass ich wüsste. So, ich muss nachher halt nochmal, oder nachher müssen wir mit dem kleinen Flug hier nochmal dann die Ecken abfahren und gucken, ob da auch wirklich alles gepflügt wurde. Weil das ist was, das kann ich gar nicht leiden. Wenn, äh, das nur halb fertig ist. Ich hab nichts getan. Was hast du gemacht? Nichts, alles gut. Wegen der Ecke, da? Ne, ne, alles gut. Bist du rausgefahren? Ne, ne, alles gut. Was hast du gemacht? Nichts. Ich hab alles kaputt gemacht. Was hast du gemacht? Nein. Du musst was kaputt gemacht haben. Nein. Was dann? Ich? Ach, Junge, warum lecker sind schon wieder so? Jetzt gehts über. Ja, Internet ist richtig gut. Äh, tauschen wir mal. Warum? Ich will auch ein bisschen Quadrucke fahren. Ach, ja. Ah, fahr halt. Ups. Mal gucken, wie der hier sieht man. Der Flug ist echt klein. Ich glaub, du hast gar nicht die ganze Arbeitsbreite ausgenutzt. Doch, hab ich. Das Fahrverhalten oder das Lenkverhalten von einem Fast Truck, das ist halt, hm. Nice. Was ich nicht mag. Naja, er kommt richtig gut um die Ecken, aber... Naja. Von dem Fast Truck, meinst du? Äh, von dem Quattrack hier. Ja, mein... Ich hab immer noch nichts gemacht. Ja, dann ist er gut. Ich hab immer noch nichts gemacht. Ich hab immer noch nichts gemacht. Falki, was ist los? Ich hab nichts gemacht. Wie hat er eigentlich Licht an hier? Bei dir schon dunkel, oder? Ja. 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 Da mein Spiel ganz drücke gestellt ist. Copper. Wie kann man das nicht? Hä? Kann man das nicht dunkel stellen? Kann man. Also dunkel leer, aber man kann sich komplett umgestehen. Also mit dem breiten Flug geht es doch schon recht flott, muss ich schon sagen. Ja, mit dem kleinen Pimperli-Flug geht das langsam wie, äh... Äh... Ich will nicht dieses Wort benutzen, weil es ist ja... Dings. Ähm... Worauf weißt du denn, was ich sagen will? Mann, worauf... Weiß nicht, ich hab mir nur überlegt, was könntest du sagen... Langsam wie Sau ist ganz normal. Okay. Deshalb hab ich gedacht, hm, vielleicht will das Sau sagen. Ja, was kann denn die Sau dafür, dass die so, ähm, schlecht betitelt wird? Ist das Begründung genug? Äh... Ne, was? Begründung genug? Was nochmal? Oh... Junge... Der hat hier wieder umgeschalten, ihr, mit diesem... Apropos, hier ist keine Wenderschattung drin. Du kriegst es wieder nicht gebacken, hab ich recht? Ich fahr dir gleich vor die Karre eher. Ah, warte. Dann bleib'n. Dann bleib' ich halt hier stehen. Ja, dreh rum, hopp. Gib Gas. Ah, jetzt soll Gas geben, sagts doch. Ja, ich hab extra auf dich gewartet jetzt, bis du durch bist. Kannst mal da die Ecken noch machen, wenn du willst, du gleich. Ups. Hör mal gleich ein Salto ein. Ich muss... Muss flügen. Ich kann nicht rückwärts fahren, tut mir leid. Ja, ich auch nicht. Tut mir leid. Da hättest du ne g'scheite Schaltung drin. Ja, endlich vorne. Ich hab dich überholt. Ich bin auf dem ersten Platz. Du weißt schon, dass der Erste am meisten machen muss, weil der immer eine Runde mehr fährt. Nö. Klar, du fährst ja mehr wie ich. Du fährst ja in größeren Radius. Hier kannst du mich überholen. Nee. Ich will ja Erste sein. Die Ersten werden die Letzten sein. Soll ich gleich rauskommen und die eine in das Gesicht feucht, äh, leicht, leicht boxen. Nee, kannst du in der nächsten Folge machen. Nee, leicht streicheln. So ist noch besser. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Das ist alles wie immer. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Tschau. Tschö.